Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute einmal, also, Leon hat einen Dropper gebaut, auf jeden Fall. Und der ist auch mit dabei. Und Jerome ist auch mit dabei. Auf jeden Fall, ja, dann fangen wir jetzt an, wir zeigen euch die Map, die Regeln und so. Los geht's. Let's go. Oh mein Gott. So. Können wir jetzt einfach so zeigen, ich glaube, jeder kann von euch fliegen, ne? Ja. Hier sofort zwei Checkpoints. Und jetzt ist hier halt der Dropper. Eigentlich ganz einfach. Oh, doch, Fallschirm ist an. Fuck off. Wir können einfach alles einmal so versuchen. So, ob man genau in die Mitte rein muss, Digga, huch. Wir spielen jetzt ein bisschen den Dropper. Und, äh, ja, dann... Und danach auch noch... Aber ist ja dumm, wenn wir diesen Dropper jetzt spielen, weil dann wissen die ja genau, wo man hin muss. Äh, Jerome, du darfst den Hängen gleich nicht aufmachen. Und auch nicht fliegen. So, ähm, dann machen wir... Kann wir das Level eben überspringen? Ja, komm. Weil die Zuschauer sollte am besten nicht wissen, wie das geht, weil sonst wäre das ja ne... Wir warten hier unten auf dich. Jerome, komm hier hin. Kommt einfach runterfliegen. Wir wollten es hier. Das ist voll auf, wenn ich so einen Livestream hier, weißt du das? Hallo! Geht ihr da lang? Habt den Checkpoint. Guck, und jetzt ist hier halt nochmal ein Dropper. Hier ist der nächste Dropper. Der ist aber easy. Der ist aber easy. Aber geh nochmal hoch. Geh nochmal hoch. Da gibt es nämlich ein Geheim-Trick. Nee, den wollen wir aber nicht verraten, oder? Nein, den wirst du sehen, wenn ich hochfliege. Guck. Man kann durch die Blöcke durch. Warum sagst du da? Das ist ein Fake-Lewerber. Das wissen die das ja. Egal. Leute, ihr wisst bescheiden. Eka, Leon ist ein Schummler. Alter, richtig. Und jetzt hier einen kleinen Def-One. Hör, die Fall lösen ja gar nicht aus. Das war's komplett. Egal. Auf jeden Fall, hier ist ein kleiner Def-One. Na, hier jetzt dann halt die Büro. Ist natürlich auch easy, Meistern, Dekka. Ja, natürlich ist so easy, ne? Jetzt ist hier schon. Freddy, aber du musst wieder am Anfang starten, okay? Hier ist dann halt... Ja, okay, scheiß drauf. Hier ist dann halt... Und jetzt... Und das war's eigentlich auch schon. Hast du ihn alleine gemacht? Ja. Bam, Digga, der ist mega nice gewonnen, ne? Danke nochmal an, äh, Leon. Also, ähm... Also, ähm... Leute, schreibt mal die Kotare, ob ihr wollt, dass Leon auch einen Kanal macht, ne? Auf jeden Fall, ne? Auf jeden, Digga. Und Jerome? Willst du noch was sagen? Ich weiß nicht mal, ob man nicht... Ich weiß nicht mal, ob man nicht in... Man weiß... Ich weiß nicht mal, ob man nicht in... In den Zwerg. Weil ich weiß nicht, ob... Kommt einfach nochmal zum Zentrum. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Das gerne, Leute. Dann, ciao. Hallo, fight me, fight me, fight me.